So, jetzt ziehen wir den hoch und stellen den hier oben aufs Garagendach. Pass mal auf, der fährt jetzt hier langsam rein. Warum? Fährt er dann aufs Garagendach? So. Warum? Weil er ihn von da dann richtig rüberheben kann. Du gehst jetzt ein Stück zurück, bitte. Also, du kannst noch gucken. Pass da auf! Der kommt! Ja, da! Der steht jetzt aufs Garagendach. Und dann fährt er da. Noch ein Stück zurück, Mäuschen. Reicht die Leiter oder brauchen wir eine längere? Vorsicht, der ist nicht so wackelt. Was? Moment. Das Becken wird auf dem Garagendaff abgestellt, damit die längeren Halterungen gefestigt werden können und sich der Kran neu abstützen kann. Vielen Dank. Applaus